Hey Lieben, heute gibt es das Video mit Wenn ich wäre wie Nixi und eigentlich muss ich ja auch dazu gar nicht viel erklären. Viele von euch kennt es ja bestimmt schon und deswegen einfach viel Spaß. Wenn ich wäre wie Nixi, dann wäre mir Freundschaft extrem wichtig. Wollen wir Freunde sein? Ja, noch eins mehr! Wenn ich wäre wie Nixi, dann wäre ich im echten Leben die jüngste von den drei Schauspielerinnen. Hoppsala, dadadada, hoppsala, ach ja, richtig hingemacht meine Süße, huuuu. Wenn ich wäre wie Nixi, dann wäre ich vielleicht ein bisschen vernaht in Cam. Cam, 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 uh, 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 uh. Wenn ich wäre wie Nixi, dann könnte ich mich sehr gut an meine Umgebung anpassen. Ich bin anpassungsfähig. Ich bin sehr anpassungsfähig. Wenn ich wäre wie Nixi, dann hätte ich hier ein richtig cooles Muttermal. Och Mann, ich verstehe das gar nicht. Alle reden über mein Muttermal. Aber ich meine, so auffällig ist es doch gar nicht. So, das war Wenn ich wäre wie Nixi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir natürlich auch gern wieder Feedback geben. Wenn ihr den Kanal abonnieren möchtet, also kein Video mehr verpassen wollt, dann dürft ihr jetzt einmal auf mein Muttermal klicken. Und ansonsten, wenn ihr noch einen kurzen Moment dran bleibt, dann kommt eine Fläche und da seht ihr noch drei andere Videos von diesem Kanal. Wenn euch das Video hier gefallen hat, vielleicht gefallen euch die anderen drei ja auch. Könnt ihr ja immer reinklicken. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Macht's gut, ihr Lieben! Och Mann, ich verstehe das gar nicht. Alle reden über meine Muttermal. Aber so auffällig ist es doch gar nicht. Ich muss lachen, wenn du lachst.